ja metal leute furchies meinung ist mal wieder zurück und zwar habe ich das hier gekauft wie heißt es sommerglück ist zwar ein spülmittel aber das riecht wunderbar und es hat eine tolle konsistenz muss ich sagen und jetzt an die männer so zum valentinstag zum beispiel für eure wollen wenn ihr den da ihr wisst ja kräftig damit wascher tut und ihr klatscht dann euren bensi ins gesicht von euren mullen dann werden die definitiv sagen ist das ein sommerglück ja ja der reiner hat seine meinung gemacht ich mache hier weiter ich denke meine präsentation ist besser also schreibt mal was in die kommentare metal off